Und Leute, jetzt gibt es nämlich keine Chatpacks, Leute, keine Chatpacks, ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich auch mal wieder ohne Chatpacks arbeiten möchte, ich möchte es immer so jetzt so im Abwechselnd machen, mal Chatpacks mal so öffnen, ähm, weil es auch viele Leute genervt hat, dass ich nur noch Chatpacks gemacht habe, deswegen wird es auch mal so jetzt einfach, einfach jetzt mal so geöffnet, okay? So, also diesmal jetzt, äh, hier, die Rewards werden nicht als Chatpacks, sondern dann die anderen dann, lul, heißt, jetzt mal ganz, äh, ganz komisch aus meiner Sicht, denn, ja, sonst war es immer Chatpacks, aber ich will einfach auch mal das wieder anders machen, so, Leute, erster Spieler, oben geht Ronaldo im Pack, lul, hier gibt es nicht mal einen Ronaldo, äh, 29 Zuschauer, vielen Dank, so, heißt, Leute, erster Spieler, also, ich gucke hin, ihr braucht nichts reinschreiben, und wir kriegen, oh, es geht gut los, Leute, es geht gut los, mit einem 85er Jeremy Lenz, nice auf jeden Fall, oder? Okay, Leute, erster Spieler hier da, der ist gut, Leute, das ist gut, mit einem 85er gestartet, Leute, ich drücke drauf, ich gucke hin, ja, boom, Andrea Conti, Andrea Conti, jawoll, 89er, wow, das ist richtig gut, alter, hui, es wurde ein Trollpack, nee, es wurde kein Trollpack, Leute, jawoll, Andrea Conti hier, das ist gut, endlich, na, Packlack ist es jetzt nicht, aber, es ist schon mal ordentlich was, was ordentlich ist hier, Andrea Conti, haha, wahrscheinlich, ich denke, jetzt mach ich mal wieder ein Chatpack, Leute, jetzt mal wieder ein Chatpack, und danach wieder ohne Chatpack, Das wird nice, Leute, das wird nice, ich muss aber erst mal was trinken, Leute, erst mal was trinken, das ist wichtig, Ah, schön getrunken hier, okay, seid ihr hyped, ich drücke jetzt gleich mal drauf, und vielleicht haben wir was krasses drin, und ich drücke drauf, Schreibt jetzt rein, wen hab ich gezogen, Ronaldo schreibt hier gleich der Erste, Jorginho, 400k, 400k, ja, 400k, 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 leider 400k, ja, okay, Münzen, ich wusste es, 400k, Alter, 400k, ja, ich gucke hin, ja, sind 400k, interessant, Leute, interessant, die 400k am Start, ich denke, das nächste Pack werde ich machen, indem ich hingucke, Leute, ich möchte es jetzt immer so im Wechsel haben, mal hingucken, mal Chatpack machen, okay, Leute, nächstes Pack, Leute, nächstes Pack, bin mal gespannt, komm, gönn, gönn ihr, bitte, ja, 89er, okay, Leute, ich hab den 89er hier bekommen, das ist gut, das ist sehr schön, gönn dir, äh, Tim Wiese schreibt hier ein, Lull, ähm, ja, nice auf jeden Fall, Leute, nice auf jeden Fall hier, und, genau, Thomas Partey, Leute, jetzt machen wir Partey, 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 dieser andere Wortwitz einfach nur, Leute, komm, ich mach Chatpacks, oder, komm, ich mach Chatpacks, yeah, Leute, soll ich Chatpacks machen, äh, ja, das heißt, Leute, komm, ich hab drauf gedrückt, und wer ist drin, Leute, wer ist drin, oh mein Gott, es ist Partey, ich kann's nicht fassen, es ist unfassbar, ich hab Partey gezogen, nein, oh, Martin Mendel, und Hummus kriegt Rot, ich glaub's nicht, Hummus fliegt, Leute, komm, ja, Martin Mendel, Martin Mendel, das kommt in die Stream Highlights, Martin Mendel, schaut es euch an, Leute, boom, das ist mein Martin Mendel, Martin Mendel, er hält den Elfmeter, das ist, das ist einfach, wahre Kunst, jetzt muss man aufpassen, nein, weg, weg damit, Martin Mendel wieder, ja, Martin Mendel, Martin Mendel, Leute, das gibt's doch nicht, was hält hier Martin Mendel, ja, was hält hier Martin Mendel, Leute, ey, ich hab mich auch noch lustig gemacht, über diesen Mendel, oh, Mendel, und ich hab mich noch lustig gemacht, über diesen Mendel, oh, Mendel, Dean Mendel, ich hab mich noch lustigю, weil mich doch nicht users da hat. Neues Emoji, mach uns love! Nej, Hey, 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 hey! worship this! hey, 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 hey! hey, 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 hey! Danke schön